Ihr seht hier einen Wave-Button, den werden wir heute bauen und wie das Ganze funktioniert und wie man diesen positionsabhängigen Klick macht, das zeige ich euch in den nächsten Minuten, also bleibt dran, viel Spaß, auf geht's! So und los geht's wie immer mit einer Erklärung meines Setups. Hier seht ihr Visual Studio Code, hier an der Seite seht ihr Chrome, hier an der Seite seht ihr meine Standard-Entwicklungsumgebung und ihr findet unten in der Videobeschreibung einen Link, wo ich das alles genau erkläre und einen Link zu Discord, wo ihr der Community joinen könnt, sofern ihr Fragen oder Probleme habt. Ansonsten legen wir jetzt los, wie man diesen Button erstellt, also auf geht's, viel Spaß! Dann starten wir mal mit unserem Button und natürlich brauchen wir dafür erstmal einen Button. Dieser besteht eigentlich nur aus einer Wave-Klasse, einem Label natürlich oder irgendeiner anderen Art von Content, also hier können auch Icons drin sein und natürlich einen Button-Tag. Mehr brauchen wir hier gar nicht. Als nächstes können wir loslegen, das Ganze hier ein bisschen schöner zu machen und als erstes sagen wir, wir würden gerne etwas Innenabstand in unserem Button haben, also 1 RAM und 1.5 RAM, ihr seht, unser Button wurde größer. Außerdem bin ich ein Riesenfan von runden Ecken, deswegen sage ich Border Radius. Außerdem hat unser Button standardmäßig eine Border, die wollen wir wegmachen, also Border None, damit verschwindet die Border hier an der Seite und wir wollen, dass unsere Schrift in unserem Button einfach white ist. Außerdem würde ich gerne noch unsere Schrift größer machen und aktuell sehen wir ja unsere Schrift gar nicht, weil da einfach der Button eine hässliche Hintergrundfarbe hat und wir machen das Ganze richtig schön. Wir sorgen nämlich mit einer CSS-Funktion, nämlich Radial Gradient, dafür, dass wir einen runden Gradial hier drin verwenden und das definieren wir als erstes über einen Circle, der genau in der Mitte ist. Jetzt brauchen wir zwei Werte, nämlich einmal bei 0% und einen zweiten Wert bei 100%, weil wir haben hier einen Gradient und da ist ein Verlauf, der beginnt in der Mitte und geht nach außen durch. Also brauchen wir hier vor zwei Farben. Unsere Farbe, die wir benutzen wollen, definiere ich mir hier oben als SCSS-Variable, also einfach so ein pinker Ton. Ihr könnt natürlich jede andere Farbe nehmen, wenn ihr wollt und ich sage jetzt, die Farbe in der Mitte ist nur 50% deckend und die Farbe ganz außen ist 70% deckend. Wenn ich das jetzt abspeichere, haben wir hier so einen ganz leichten Farbverlauf. Ihr könnt das natürlich, wie gesagt, in jeder Farbe machen, die ihr wollt. Außerdem würde ich gerne ein Focus Visible vergeben. Wenn ich das hier definiere, dann habe ich die Outline überschrieben, nämlich einmal die ein bisschen dicker gemacht, solid und auch einen roten Farbton draufgelegt und Offset deklariert. Wenn ich das jetzt speichere und jetzt mit Tab auswähle, kriege ich hier so eine schöne Selektion, das sieht einfach besser aus. Und wenn ich darauf klicke, wollen wir das Ganze mit Active steuern, da sage ich einfach, unser Button wird kleiner. In dem Moment kann ich auch einfach sagen 95 und ich klicke hier drauf und der Button wird kleiner. Das Ganze würde ich jetzt gerne noch animieren. Das mache ich einfach mit Transform All, also ich möchte alle Attribute animieren. 150 Millisekunden ist die Duration und dann noch eine Timing-Function am Ende, speichere das ab und jetzt haben wir hier eine schöne Animation. Unser Button funktioniert also. Natürlich können wir jetzt noch das EAP-Tüpfelchen draufschmeißen und sagen, wir würden noch gerne Pointer benutzen, so dass, wenn ich mit der Maus hier rübergehe, es auch so aussieht, als wenn wir darauf klicken können. Damit haben wir doch schon mal einen wunderbaren Button gestaltet. Aber wie genau kriegen wir es jetzt hin, dass wir so Waves generieren können? Dafür sollten wir erstmal verstehen, was unser Plan ist und dafür schwenke ich einmal in meine Präsentation. Wie bauen wir unseren Button denn auf? Grundsätzlich sieht das Ganze so aus, dass wir einen Button haben. Diesen zerlegen wir dann in drei Schichten. Ganz vorne ist unser Content, in der Mitte sind unsere eigentlichen Wellen und ganz hinten ist der eigentliche Button. Wenn wir jetzt einen Klick erzeugen, dann erzeugen wir den Klick eigentlich nur auf dieser Zwischenebene und wenn wir hier klicken, erzeugen wir so eine Welle, die nach außen geht. Was wir dann im Anschluss noch machen müssen, ist diese Welle zu beschränken, dass sie nur in diesem Zwischenbereich zu sehen ist. Wenn wir also erneut hier klicken, erzeugen wir eine Welle nur in dem Zwischenbereich, ohne unseren Content, also das Speichern oder den Hintergrund unseren eigentlichen Button, in irgendeiner Form zu beeinflussen. Aber wie funktioniert das technisch? Das gucken wir uns jetzt mal an. So, aber wie funktioniert das denn jetzt in der Realität? Grundsätzlich brauchen wir erstmal eine Liste aller unserer Buttons, weil wir wollen komplett ignorieren, was in diesem Button drinsteht. Das Einzige, was wir machen wollen, ist zu sagen, wenn der Button die Klasse Waves hat, dann soll unser Effekt auf diesem Button funktionieren. Das machen wir, indem wir sagen Document Query Selector, also wir suchen alle Elemente in unserem Dokument mit der CSS-Klasse Waves und speichern das einfach als Buttons ab. Das Nächste, was wir machen wollen, wir gehen einfach in einer Funktion durch alle unsere einzelnen Buttons durch. Also für jeden Button rufen wir diese Funktion hier auf. Und das Erste, was wir jetzt machen, wir speichern unseren Content. Das, was wir ja gerade schon besprochen haben, wir erstellen uns eine Funktion, die den Content aus unserem Button rausnimmt, in einen extra DIV-Container steckt und wieder reinschmeißt. Das Ganze können wir jetzt ziemlich einfach machen. Und zwar haben wir eine Funktion erstellt, Create Content Wrapper. Und diese Funktion beginnt jetzt damit, als erstes den innerHTML-Part unseres aktuellen Buttons als Content abzuspeichern. Danach löschen wir diesen Content. In dem Moment, wenn ich das jetzt abspeichere, ist unser Speichern hier in der Mitte weg. Unser Label wurde gelöscht, weil es unser innerHTML so nicht mehr gibt. Das Nächste, was wir machen, ist, wir erstellen uns jetzt eine neue DIV-Box, nämlich Content Wrapper, und sagen, diese DIV-Box ist einfach eine DIV-Box. Also hat das DIV-Element. Hier wollen wir jetzt eine CSS-Klasse hinzufügen. Die nennen wir einfach Content Wrapper, damit wir die gleich mit CSS ansteuern können. Und das Nächste, was wir machen, ist, wir schmeißen in diese neu erstellte DIV-Box unseren Content wieder rein. Einfach mit innerHTML gleich Content, den wir hier oben gespeichert haben. Das Nächste, was wir machen, ist, wir fügen jetzt einfach noch an unseren Button unseren neuen Content Wrapper hinzu, speichern das ab und zack, unser Speichern sieht aus, wie es vorher aussah. Allerdings sehen wir hier, dass wir jetzt unser Content in einem neuen DIV-Container haben. Und das bedeutet, wir haben nicht mehr denselben DOM, den wir hier definieren, sondern haben uns einen eigenen Shadow DOM gebaut quasi. Was wir jetzt machen wollen, ist, das Ganze zu stylen. Dafür gehe ich in unsere SCSS-Datei und sage, wir wollen ja, dass unsere Elemente, unsere Waves, hinter unserem eigentlichen Content liegen. Als Ausgangspunkt definiere ich mir dazu, dass unser Waves, also unser Buttons, Position Relative bekommt und Overflow hidden. Also alles, was außerhalb unseres Buttons ist, soll einfach kategorisch abgeschnitten werden. Hier drin definieren wir jetzt einfach noch unsere Klasse Content Wrapper, die wir ja unserem neuen DIV-Element gegeben haben und sagen Position Relative 2 und Z, also Position Relative und Z-Index 2, damit unser Content über unseren eigentlichen Waves liegt. Die bekommen später Z-Index 1. Außerdem wollen wir das nicht klickbar machen, damit unser Positions-Tracking funktioniert. Und jetzt können wir damit eigentlich schon anfangen, würde ich sagen. So, dann legen wir mal los mit der Erstellung unserer eigentlichen Waves. Grundsätzlich brauchen wir dafür auch eine DIV-Box. Die nennen wir oder erstellen wir mit der Funktion Create Waves Wrapper. Und dafür kopieren wir uns mal diese Funktion hier unten und schreiben die jetzt einfach hier rüber. Das brauchen wir nicht, auch übergeben wir hier unten keinen Content. Und was wir auch machen sollten, ist das Ganze ein bisschen besser zu benennen, weil wir erstellen jetzt hier unseren Waves Wrapper, den wir an unserem Button dranhängen, der von uns natürlich auch eine andere CSS-Klasse bekommt. Außerdem müssen wir das Ganze returnen, also diese Funktion erstellt das nicht nur, sondern gibt uns auch das neu erstellte DIV-Element wieder zurück, sodass wir das hier oben einer neuen Variablen zuweisen können. Wir können also sagen, wir haben jetzt eine Variable Waves Wrapper, die wir hier erstellen. Wenn ich das jetzt abspeichere, passiert hier nicht viel, bis auf das wir hier eine neue DIV-Box haben. Was wir jetzt in unserer CSS-Datei allerdings machen sollten, ist das Ganze hinzufügen. Also wir sagen, wir haben hier unsere neu erstellte Klasse, sagen Position Absolute Z-Index 1, damit sie hinter unserem Content liegt, sorgen dafür, dass es 100% der Größe einnimmt und dass es auch nicht klickbar wird. Wenn ich jetzt hier sage Background Color Red, dann sehen wir, unser gesamter Button ist rot, also unsere CSS-Klasse Waves Wrapper nimmt 100% der Breite bzw. der Größe unseres Buttons ein. Wir können jetzt also weitermachen, aber mit was wollen wir denn weitermachen? Und zwar wollen wir als erstes mal ein Event erstellen. Dieses Event ist einfach ein Click-Event und ist auf unserem Button angewendet. Also wir sagen, jeden Button, den wir haben, da fügen wir ein Click-Event zu, Add Event List, na Click und haben hier ein Event. Das erste, was wir jetzt machen, wir suchen uns die beiden wichtigsten Informationen dieses Tutorials, nämlich die X- und Y-Position, wo wir in dem Button klicken. Wenn ich jetzt hier das Ganze mal ausgebe mit Console Log, kann ich jetzt hier sagen, ich möchte gerne Offset X, Offset Y ausgeben und ich klicke hier rein und dann kriege ich genau die Position innerhalb unseres Buttons, wo ich geklickt habe. Wichtige Information. Das nächste, was wir brauchen, ist eine neue Wave. Da sagen wir einfach Const Wave und sagen auch wieder hier, das ist eine neue Diffbox, die wir genauso erstellen wie die restlichen Elemente hier. Das nächste, was wir auch hier machen wollen, ist, wir würden gerne dieser neuen Wave, eine Klasse Wave hinzufügen und wir würden die gerne an unseren Wrapper dranhängen. Das speichere ich jetzt ab, gehe hier auf Elements, drücke ein paar Mal und wir sehen, wir haben jetzt hier Diffboxen mit Wave. Wunderbar. Wir können jetzt sagen, okay, dann lass uns doch mal diese Wave ein bisschen anpassen mit CSS. Hier haben wir als erstes unsere neue CSS-Klasse, die ein Child von Wave Wrapper ist und sagen, okay, wir haben eine Weite von 150% und ein Aspect Ratio von 1 zu 1, also wir haben immer ein Viereck. Das können wir jetzt mit Border, Radius 100% auch noch rund machen und was wir jetzt auch machen können, ist die Positionierung korrekt setzen, also Position Absolut, Z-Index 1 und wenn ich hier jetzt sage, Background, Color, so, Background, Color Red speichere ich ab, ich drücke hier jetzt einmal drauf, beziehungsweise aktualisiere, drücke, erzeugen wir hier einen großen runden Button. Wenn ich den kleiner mache, sehen wir, der Button ist hier oben in der Ecke und wenn ich jetzt auch noch etwas Wichtiges mache, nämlich ich klicke mehrfach, dann wird er immer da oben hin generiert. Wir haben also noch keine Positionsvergabe, darum sollten wir uns jetzt einmal kümmern. Aber wie genau können wir das denn machen? Wir haben hier grundsätzlich schon hier oben unsere beiden Werte, also x und y. Wir können jetzt zusätzlich auch noch die Größe unseres Buttons bestimmen, indem wir sagen, Button, Get Bounding, Client Rectangle und suchen uns hier die Weite. Mithilfe der Weite können wir jetzt unsere eigentliche Größe unseres Elements bestimmen. Das ist unsere Size und wie komme ich auf die 1,5 hier? Grundsätzlich, ich habe unsere Buttons hier gerade 150% groß gemacht, also 1,5. Damit habe ich unsere Größe unseres Buttons, die unser rotes Element hier hat. Wenn ich jetzt auch noch sage, okay, wir nehmen jetzt den Offset, also wir wollen diesen Button hier oben auf den Nullpunkt setzen, das ist unser Ziel, das wollen wir machen, aber wie kriegen wir das denn hin? Weil in dem Moment, wenn ich das jetzt so gestalte, sieht das noch nicht so aus, dass wir das da hinschieben. Deswegen müssen wir unsere Buttons bewegen. Und zwar wir bewegen die mit einem Funktion, nämlich Transform bzw. Translate wollen wir dafür benutzen. Und um das zu erzeugen, müssen wir in CSS bzw. in JavaScript etwas definieren. Und zwar sagen wir jetzt hier in unserem Code Wave, Style, Set Properties, Translate, PosX, PosY. Die haben wir aber noch nicht, die müssen wir definieren. Hier oben haben wir nämlich jetzt einmal unsere Position auf der X-Achse und natürlich unsere Position unseres Elements auf der Y-Achse. Das machen wir beides hier. Und in dem Moment wollen wir die jetzt abhängig von diesem Punkt hier oben verschieben. Da wir das aber in Abhängigkeit der Größe unseres Buttons verschieben wollen, müssen wir das auch so berechnen. Wir haben also auf Set X hier und auf Set Y hier unten, aber wir haben hier auch noch unsere Size, die wir davon abziehen müssen. Wir sagen also Minus Size durch 2. Das Ganze machen wir auf beiden Achsen, speichern das jetzt ab. Und in dem Moment, wenn ich jetzt klicke, wird es komplett rot. Wenn ich jetzt hier unseren Button einfach mal viel kleiner mache und jetzt klicke, dann sehen wir, es funktioniert nicht mehr. Weil das Problem grundsätzlich ist, dass unsere Elemente erzeugt werden, aber ihr seht, die sind komplett off, weil unsere Größe hier nicht mehr passt. Deswegen ist es wichtig, dass hier 150% drin bleibt. Wenn ich das jetzt aber abspeichere, ist unsere Positionierung grundsätzlich korrekt. Wenn ich jetzt also sage 10% hier und sage hier wollen wir nicht 1,5, sondern 0,1, dann sehe ich, dass mein Button genau da erscheint, wo ich mit der Maus geklickt habe. Ich kann jetzt diesen Button ganz viele Elemente geben. Wunderbar. Das sieht auch schon mal soweit gar nicht verkehrt aus. Was wir jetzt aber brauchen, ist die Animation. Und das ist das nächste Kapitel. Für unsere Animation ist das Erste, was wir brauchen, eine wichtige Information, nämlich wie lange geht unsere Animation. Bei uns 800 Millisekunden. Diese Information möchte ich jetzt einfach noch an unseren Button dranbinden, an unsere Wave und sage hier einfach Wave, Style, Set Property, eine CSS-Variable, Time und setze hier einfach meine Time, genau wie ich da oben schon die Größe gesetzt habe. Das Ganze kann ich jetzt abspeichern, gehe in meinen Style-Bereich und kann jetzt hier das Ganze mal richtig schön machen. Und zwar das Erste, was wir machen, wir zerstören mal kurz das, was wir gerade eben eingebaut haben, nämlich 150 hier und 1.5 in unserem Skript. Damit funktioniert unsere Größe wieder. Und was wir jetzt hier machen wollen, ist als erstes mal eine schöne Hintergrundgeschichte definieren, nämlich wieder ein Radial Gradient. Das speichern wir jetzt ab. Und wenn ich hier klicke, sehen wir, das hat sich ein bisschen verändert. Wenn ich hier klicke, seht ihr, da werden Sachen erzeugt. Was wir jetzt also brauchen, ist eine Animation. Deswegen benutzen wir unten einen Animation-Tag. Hier unten können wir jetzt noch weiter definieren. Wir würden jetzt gerne eine Keyframe-Animation benutzen. Die nennen wir einfach Scale. Und das Erste, was wir skalieren wollen von 0%, da starten wir bei Scale 0, Opacity 0. Dann gehen wir bei 60% unserer Animation zu 1,1, also 100% sichtbar, 100% größer. Und am Ende sagen wir, wir werden noch ein Stück größer, werden aber wieder unsichtbar, damit wir wieder genau unsere Waves so ausfaden lassen können. Das Ganze müssen wir jetzt hier oben nur noch definieren, sagen also hier Scale. Außerdem haben wir eine CSS-Variable, nämlich Time, in unserem Skript hier übergeben. Das können wir jetzt hier benutzen, um dann zu sagen, wir würden das Ganze gerne mit einem Ease-Out versehen. Und am Ende würden wir unseren Button, unsere Wave gerne stehen lassen. Das machen wir mit Forwards. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, dann klicke ich hier und wir sehen, wir haben jetzt unsere Wave erzeugt. Die wird korrekt erzeugt. Wir haben aber noch ein Problem. Hier sind ganz viele Elemente drin. Und mit jedem Klick erzeugen wir ein neues Element. Das wäre nicht gut. Es würde zwar eine Weile dauern, bis es zu wirklichen Problemen führt, aber wir können das leicht beheben. Und zwar gehen wir hier in unseren Skript und sagen, wir erzeugen uns hier einfach ein Timeout. Und wir wissen ja ganz genau, wie lange unsere Animation dauert. Nämlich dafür haben wir eine Variable definiert, die rufen wir hier auf und sagen einfach in dem Moment, wenn die Zeit abgelaufen ist, dann entferne doch einfach bitte aus unserem Waves-Wrapper unsere aktuelle Wave, die wir erzeugt haben. Und wenn ich jetzt hier klicke, erzeugen wir ganz viele Diff-Boxen. Und wenn ich das hier öffne, sind die alle schon wieder gelöscht, weil das Ganze 800 Millisekunden dauert. Und damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos. Wenn euch das Ganze gefallen hat, hinterlasst doch mal einen Kommentar unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin, viel Spaß.